Er hat das gesehen, weißt du? Tausend ist dritten in der Gesamtwertung, was? Ja, das ist ja so super geil. Ah, das ist ja so super geil. Da kann ich, da kann ich jetzt schon nur noch schlechter werden. Schlecht sein. Naja. Was die Leiste, wo ich gestern hatte? Pausend, warum musstest du das verkacken sein? Dann nicht viel, viel besser. Ja, 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 Nako. Es tut mir leid, es tut mir leid. Also, jetzt kommt wieder Monaco. Oha. Ach, kennt ihr dich alles schon? Ist ja voll unfair, da hab ich ja voll Nachteil. Na ja, ja, wir wissen was kommt, aber die Strecken an sich kennen wir, ne. Kennen wir nicht so gut, genau. Da bin ich erster geworden. Ja, also kennt ihr dich doch. Das war, das war noch Zeit nach dem ersteren. Damals noch, Mensch, ey. Vor 100 Jahren. Mindestens. Tschüss. User was moved to your channel. User joined to your channel. Danke schön, Remke. Hab ich einen Fapp noch mal, äh, drückgeschossen. Wer, wer, wer hat den Edda im heißen Pinke im Nutzung? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ja, ey. Und Prunk ging weg. Heißen Pinke. Nein, ihr könnt ihr den Edda nehmen, das war ja, war ja, war ja nicht so böse gemeint. Da böse gemeint. Ah, die Musik ist geil. So, ich sitz jetzt auf Remke. Die Musik ist geil, irgendwie. Weiß ich nicht. Eigentlich ist die total scheiße, aber irgendwie macht die gerade gute Laune. Also Remke hat mir, was ist denn diese seine Nichts? Ist mir egal, ich sitze trotzdem auf ihn. Ja, ja. Die Schmerzen glömt. Mein Musik ist vorbei. Wegen euch. Gleich kommen Leiliere, ey. Tada, tata, 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 tata. Meinesens. Es ist weg. Alter, ich starte erste Reihe, ey. Es kann bloß Scheiße werden. Ach, guter Start, ey. Ich kann ihnen's ... ich starte gar nichts, ey. Ich auch nicht, ey. Krieg zum naßen. hier dort hat er und ein baum ob ich ja gestern der abortrag gezogen dann haben sie mich alle eingeholt und der stimmig festkommen wo alle der Brems eben da haben sie sich dann alle eingeholt alter 3 und die Kielfaktik sind vorne was da los nicht so gut ne um da war die Hälfte im Saal nicht wir werden auch Kategorien Holger aber das Schlimme ist der Kumpel der Eberlehrer der Kumpel der Wimstor an die ganze Zeit wenn man nicht so ein Scheiß Mauer ist auch mal Marvin? Was? Wie funktioniert nämlich der Nitro, was du hast? Super. Dann geh mal so. Gibt's ne Möglichkeit, dass du's nicht einsetzt? Was? Ja, dass du den Nitro nicht einsetzt. Gibt's da ne Möglichkeit dafür? Setz mein Nitro nicht ein, dann kommst du aber auf. Jaja, weil du so abziehst. Ja genau, danke. Danke fürs Anschieben. Was ist so? Ja, das kann ich dafür, ich wurde für die Angst schon. Das war das, das war fies, ey. Oh, Mann. Ne, was sind die anderen schon? Oh, sorry. Jetzt bin ich doch wieder dritter, jawoll. Immer so, die Toss ist schlecht. Tossi sind die ganzen. Tossi sind an ihm acht. Oh ja, Tossi sind vor so Präsident. Oh, da hab ich nicht gebremst. Oh, ich hab mein Handy aufgemacht. Nee, Ahnung, wollte ich jetzt grad nicht. Danke. Äh, neunter Platz. Nein, ich bin vierter. Äh, wer ist nie? Das können wir uns hier nicht einreißen. Wir sind. Nein. Ey, man kann nach außen vorbeifahren, das sieht er auch nicht. Was wirklich? Nö. Nö. Der hat aufs Maul gedreht, ja. Ja. Ja, jetzt kommt der auch noch seine Chance. Nein, Dai hat mich überholt. Ah. Dein Vorhaber. Oh, Alter. Nein, Kontrollpunkt verpasst. Na, oh. Erstmal zurückfahren. Oh. Oh. Nein, schon wieder Kontrollpunkt verpasst du. Ey, was hier los, ey. Boah, jetzt klickt wieder mein Arsch, ey. Was soll das? Jetzt bin ich, jetzt bin ich siebter, ey. Ja. Bin acht, dann. Ich bin after. Entschuldigung. Ey, Wimps. Das war nicht mal. Erstmal wieder aufhören. Nee, ey. Scheiße, ey. Da bin ich so scheiße gefahren, denn jetzt bin ich after. Super. Oh, nein. Oh, nein. Ja, doch. Ey. Aber ich habe auf Rymke gewettet und der ist momentan erster. Nö, zweiter. Kacke. Aber ich klebe am Arsch. Hätte ich mal auf Treesports gewettet, ey. Der warm ist das mit dem Schwarz an mir. Ja, der Treesports rammt mich und dreht mich die ganze Zeit. Das ist eine Frechheit. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Was wird denn das, ey? Wir wollen da vorne ran kommen. Ist ja ein Fallschämtheit. Ja, ich muss ein bisschen abbremsen, nicht durch irgendwo Regenbrenner. Ja. Aber nicht vor mir. Auch Regen ist ja immer schön. Ja, da wird, da wird die Straße so unrutschig, habe ich gehört. Ja, bitte. Hab, hab, hab. Was hast du denn? Ne, ich genieße es hinterherfahren. Ich auch, in der Eigenschaft. Welcher Platz kriege zu nehmen? Ja, da gehen wir, 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 da gehen wir. Ähm. Ah. Immer schön hinter mir bleiben, da bist du sicher. Ja. Arschloch. Äh, hehehe. Alter. Der Fabian macht den Scheißer geworden, oder? Nein. Falschgefahren. Wie man hier, nehme ich mir mal mal spiele wo ich auch mal gut bin. Zum Beispiel Schach. Reise immer. Mal genau. Let's Play Schach1, oder was? oder Lerner war scheiße und da sind es klingt der Kampagne jetzt schreibt es auch nur noch die Stiftung das war so auch von auch das auch und die Strömung aber die Händen verheißen die Leute gefahren durch die Dijkstraße durch was haben wir durch durch die Schikane ach scheiße die kommt ja auch noch nein wo hat das rutscht ich mal ja ganz kurz du kannst bei der Schikane nicht außenrum fahren das war gelogen ja was mir auch irgendwie eingefallen nein muss ich nochmal zurückfahren ja muss das auch eben habe ich es geschafft er ist ja gerade aus weitergefahren ja das ist aber schön wollen wir eine Stunde okay ich sehe noch nicht mal das Ziel das Gebitter sieht ja auch mal geil aus die Blitze und alles bei mir haben heute gerade blau geblitzt richtig blau ich bin ein bisschen traurig dass ich so schlecht bin heute du bist immer schlecht wenn es da brauchst du nicht traurig sein das stimmt gar nicht was ne das weißt du selber weißt du selber ey weißt du selber nein Baum das ist egal das Blitzt manchmal auch aber ich kann es nicht nutzen oh Gott oh Gott so Achtung läuft bei mir ich bin unterwegs noch und so und ihr echt ich bin unterwegs sehr gut was das kann gar nicht sein das ist echt das kann gar nicht sein oder das ist ein Fehler oder du hast es nicht beendet weil du die dreifache Menge fahren wolltest weil du sonst so schnell bist nein 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 ok du musst sie auf den vorletzten aufpassen genau du musstest du beschützen ja jetzt hat der Toast nicht so gut angefangen und dann und dann gleich mal auf Platz 5 abgerutscht ey ich bin auf 9 hab 3 punkten insgesamt läuft 8 ich bin auf sieben Prozent und ich bin er davon sehr gut du hast dich gerade so gedreht von hinten der Grunde weil ich halte zu einem Witzau es sind diese aber das hier und dann ist der Fall auf Monster Pop die Mimo die Mimo die Mimo die Mimo Junge ich geb dir gleich Moor alter ja was gibts mir denn ein bisschen Moor so ein Schlamm der kann sich richtig schreien süd ja endlich das wird noch mehr Zeit ach ja ok das wird auf jeden Fall ein fastest Rennen werden das ist so Karren fast in dems ich weiß gar nicht was sie nehmen auch nicht ey ich hoffe ich entscheidend die sind alle so schnell ne irgendwie ich hab mein Auto ich hab mein Auto gefunden ich bin mir ziemlich sicher dass ich das behalten möchte so meine Wette ich wette auf mich natürlich ich bin oh jetzt muss ich den Cola-Cherry reinpfeifen hier so Cola-Cherry iiiiih oh Alter Beste Besserweil soll das hier Schleichwerbung sein oder was? Cola-Cherry alter ich schleiche so viel Cola ich hab mir nie ein Cola ich hab gar keine Cola mehr weil meine es leer was sollst du trinken noch da hast du auch nicht? ähm Nein gar keine Schleichwerbung approaching Oh nein soll sich das aushalten wenn du keine Schellen heraus meinst weiß er auch nicht weißt was auch nicht ey Wilms wir haben NO3 keine ести ich hab me eh 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 TOE hm ähn es NE na Nein ich wurde gedreht wie so wIGH Ich glaube, Treesports hängt fest. Alter, was längen hier alle? Alter, jetzt ist hier großes Längen angesagt, ey. Ja, ganz seiner Meinung. Wilms, legst du wenigstens nicht. Hallo? Leute. Leute. Okay, Leute. Da wisst ihr, was passiert, ja? Wenn es mal völlig von den Arsch ist, okay. Das ist jetzt ungünstig, ich bin jetzt hier alleine, glaube ich. Sehr gut, Freunde, läuft auf jeden Fall. Das hatte ich noch nie, ey. Mitten in der Aufnahme. Das ist einfach einer Ostheim. Ist jetzt wieder jemand da? Hallo? Hallo? Ist sie wieder da? Nein, es ist keiner da. Wieso? Hallo? Hallo? User, enter your channel. Hallo? Jetzt fühle ich mich verarscht. Hallo? WTF? Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt muss ich mal kurz rübergucken. Äh. What the fuck? Was ist hier los, ey? Hier, seht ihr mal meine Maus? Das? Israelites. Yes.